Wir fangen an mit einem an Nahrung, einen an Holz und den nächsten setzen wir einfach an Gold. Und jetzt haben wir diese sogenannten Orakel, das sind auch sehr besondere Einheiten, erstens generieren die Gunst, also Gefallen, das ist hier so eine Götterressource, diese Ressource brauchen wir um Götterfähigkeiten zu nutzen und mythische Einheiten zu bauen. Und man sieht schon, die haben einen sehr geringen Sichtradius, wenn die stehen bleiben, dann weitet sich dieser Sichtradius allerdings aus, das ist so eine Besonderheit bei denen. So, sein Scout, aber der macht erstmal nicht viel. Jetzt sieht man so, wie sich der Sichtradius ausbreitet, während die stehen. So und hier, man kriegt immer so einen Alert, weiter kann der nicht gucken, jetzt laufe ich wieder zur nächsten Stelle. So und die haben immer ihren Esel dabei, wie man sieht. Da ist das Fleisch schon beladen. Und die Worker müssen halt jetzt nicht irgendwie zum TC rennen oder zu einem Wirtschaftsgebäude, um ihre Ressourcen abzugeben. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss erst ein Haus bauen, bevor ich den Tempel baue. Und das Haus, das sind halt besondere Anwesen, sind auch besonders teuer. Da brauche ich nämlich 20 Gold für. Und eigentlich muss ich das Anwesen so bauen. Ich sage am besten gar nichts mehr, weil ich verkack gerade hart. Oh Gott, wie wir gerade gelesen haben, in der Nähe befindliche Gebäude werden ja schneller gebaut. Deswegen baut man das Anwesen eigentlich so, dass man den Tempel daneben setzt. Ich vergesse aber immer, dass man in Age of Mythology nicht alle Ressourcen wiederbekommt, wenn man Gebäude cancelt. Ich war das gerade ziemlich dumm, dass ich das Gebäude gecancelt hatte. Okay, er baut gerade seinen Tempel und jetzt nutzen wir unsere Götterfähigkeit und klauen seinen Tempel einfach direkt wieder. Hahaha. Und jetzt kann er einen neuen Tempel bauen. Hahaha. Das war so gemein. Okay. So, meine Build Order habe ich trotzdem total verkackt. Aber macht ja nichts. Ein Tempel ist immer Voraussetzung, um ins nächste Zeitalter zu kommen. Wir gehen mit Prometheus. So, jetzt haben wir genug Nahrung, um abzugehen, jetzt teilen wir unsere Wirka ein bisschen auf. Was haben wir hier für eine Reliquie? Reliquie geben immer unterschiedliche Boni. Erhört die Bewegungsgeschwindigkeit der Dorfbewohner, was sehr geil ist. So. Als Kronos oder ich glaube allgemein als Atlanta haben wir eine Besonderheit, nämlich können wir unsere Einheiten in die Heldenklasse upgraden. Das heißt, wir können ganz normale menschliche Soldaten in die Heldenklasse upgraden. Und das habe ich ja zum Beispiel mit dem Orakel gemacht und deswegen können wir erst die Reliquie einsammeln. Zack. Und wenn die Reliquie im Tempel liegt, dann kriegen wir den Boni. Das ist immer ganz interessant, weil die Reliquien geben halt immer unterschiedliche Boni. Ich muss dann immer schauen, was die Reliquie da jetzt gerade für ein Boni gibt. So. Mal zwei so Lehmmenschen als mythische Einheiten. Oh! Wir kriegen sogar eine Kill. Das ist nice. Ah, siehst du, jetzt habe ich schon wieder gecancelt, weil ich so anders in Bahn wollte. In die Anwesen können wir nämlich auch zwei von unseren Workern einquartieren. So. Und jetzt können wir aber noch eine extra Wirtschafts-Gilde bauen, damit wir da Wirtschafts-Upgrades machen können. Er hat schon Minotaurus. Wie gesagt, Heldeneinheiten kontern mythische Einheiten, deswegen habe ich jetzt schon mal meine erste Einheit zu einer Heldeneinheit gemacht. Was kosten die nochmal? Ah, Holz und Gold. Deswegen habe ich ein bisschen wenig Holz gerade. Die Heldeneinheiten erkennt man daran, dass sie so leuchten. Okay, er fängt jetzt schon an, einen Stall zu bauen. Wir können ihn aber jetzt schon ganz gut unter Druck setzen hier. Versuchen natürlich auf die Worker zu gehen. Leider habe ich nicht gesehen, dass er hier auf Food ist, dann hätten wir ihm noch sehr viel mehr Damage machen können. Lass mal ein bisschen sammeln. Okay, wir können jetzt Wirtschafts-Upgrades machen. Ich habe einen Worker verloren, das tut sehr weh. Ich habe einen Druck, da habe ich perfekt gemacht. Hörst du ein? Ich habe einen Druck. Ich habe einen Druck. Ich habe eine Druck mit einem tänklappen, knacken. Euer eine Druck auf die Ich habe. Aber dann will ich euch auch sein. Ich habe eine Druck auf Geld, aber ich habe einen Druck auf eine Druck. Wie man sieht, Fernkämpfer können daneben angreifen. Machen wir wieder ein Haus. Ah, wir können einzelne Helden mit unserer Götterfähigkeit, äh, einzelne Einheiten zu Heldeneinheiten machen mit unserer Götterfähigkeit. Äh, und dann werden die zeitgleich dabei gehealt. Ganz nice. Äh... Was? 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 Wird das immer mehr Kavala weh, da muss ich aufpassen. Hey, jetzt, wenn wir es endlich mal ein bisschen Damage machen können. Er hat das Heal genutzt, in dem Bereich wird er gehealt, deswegen gehen wir lieber raus aus dem Fight. Oh man, das ist so bleibler, okay, oder? Oh man, das ist so bleibler, okay, oder? Oh man, das ist so bleiblockt. Versuch die Broker zu kriegen. Okay, aber erst Castle Age, wir bauen erstmal schnell den Markt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das nachgezogen bekommen. Wir verkaufen jetzt ganz viel Holz und drücken jetzt schnell Castle Age an. Wir haben hier für eine Reliquie, Dorfowrona. Keine Ahnung, falls wir Dorfowrona verlieren, kriegen wir ein bisschen von den Ressourcen wieder. Wir bauen auch mal eine Rüstungskammer. Ne, bauen wir nicht, weil wir kein Holz haben. Noobster! Hello! So, wir müssen unser Orakel mal eine bisschen bessere Position bringen hier. Etwas bessere Vision haben. Habe ich noch einen Orakel? Ne, hier hinten ist noch einer. So, wir haben gerade sehr viel Gold. Ich wundere mich, dass er uns gerade nicht angreift. So, jetzt sind wir ab. Bauen wir mal eine Schmiede. Wir haben eine sehr gute Götterfähigkeit. Ich versuche jetzt wieder zu raiden. Wir werden uns gerade angreifen. Wir sind hier leider nicht auch in Nahrung. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Wir werden leider nicht vernünftig geradet bekommen. Da ist die Rüstkammer. Ballistik ist halt gut um... Oh Gott! Oh Gott! Ich muss höllig aufpassen, dass wir jetzt nicht die ganze Armee verlieren. So, jetzt gehen wir an. Oh, ich muss jetzt mal ein bisschen mit dem Dorfzentrum gehen. Oh! Oh! So, er ist jetzt mal ein bisschen unangenehm. Oh Gott! Meine Götterfähigkeit seiner Armee verkriegt sich jetzt gegenseitig, aber er hat jetzt auch seine Götterfähigkeit genutzt. Oh, schöner Raid von ihm. Nein! Warum ist denn meine Steuergruppe 1 hier? Okay, ich habe gerade alle meine Anti-Kavalier-Einheiten verloren, was nicht so gut ist. Okay! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und jetzt geht's. Geh man noch auf nur einem TC. Hast du auf den Sammelpunkt von denen gesetzt? Ich weiß es nicht. Ah. Ah, jetzt kann man mal einen Worker killen. Solange er nur auf einem TC ist, hat er eine deutlich schlechtere Echo als wir. Immer noch so unglaublich viel Holz und zu wenig Nahrung. So, wir können hier auch mal ein bisschen bessere Upgrades holen. Ah, jetzt ist er gerade auf den zweiten TC gegangen. Warum kann ich das hier nicht mehr nutzen? Ah, das ist auf Cooldown, aber jetzt gleich wieder zur Verfügung. Die Einheiten sind sehr gut gegen Gebäude. Also wir versuchen jetzt gleich einfach, äh, damit hier zu pushen. Beziehungsweise wir können hier sogar ein Gebäude wegnehmen. Das wir pushen jetzt wieder, würde ich sagen. Aber wir gehen einfach nach Imp. Das war der Geiz. Warten wir? Ich glaube wir warten bis wir Imp sind, oder? Ist zu risky gerade. Ist zu risky gerade. Ich bin halt maxed. Ich bin ruhig weiter da sein Gold unter Druck setzen, glaube ich. Wir scourten jetzt mal hier außen, ob er da am Gold ist. Ich kann, ich hab, das fällt mir immer so schwer ruhig zu bleiben. Gut, am liebsten würde ich direkt durch pushen. Jetzt mal ein neues Dorfzentrum, das heißt wir können ein bisschen mehr Supply ranholen. Ja, ist er nicht auf Gold. Hitchap dauert ganz schön lang, jetzt sind wir ab, okay. Okay. Selekt die Upgrads hier. So, jetzt pushen wir mal. So, jetzt pushen wir mal. So, jetzt pushen wir mal. Das war glaube ich ein ganz gutes Game. Wir nutzen jetzt unsere Imp-Götter-Fähigkeit noch. So. Wir saugt jetzt alles in dieses schwarze Loch rein. Let's gooo! Ich glaube, das macht gut Damage. Ich hoffe, es macht gut Damage. Das war doch ein GG in Style, würde ich sagen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Und dann, wenn du das hier in die Mitte hinweg. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.